So, wir können heute das speichern bei der Gelegenheit. Das ist vielleicht nicht so die schlechte Idee. Ich hatte definitiv schon schlechtere. Nein, ich hatte noch nie eine schlechte Idee. Ich bin schließlich perfekt. Meine Perfektion ist unanzweifelbar. Das müsst auch ihr einsehen. Trag da mal noch einen Klump Meißen rein. Hier ist ewig das Getreide, finde ich ja mal richtig geil. Wo geht's denn jetzt zum Fällen hin? Geht's mir jetzt hin? Hier müsst ihr dann auch noch mal fällen. Du musst auf das Gefälle achten. Parkier's mir erst mal. Aber hier ist auch noch mal ordentlich Platz. Ich denke, immer hier will ich das Ding hinbauen, aber das ist gar nicht richtig. Weil es halt auch so dasselbe Modell hat. Der läuft echt so weit. Ich bin bei 130% übrigens. Da ist noch kein Gold drin. Auch noch kein Gold drin. Da ist auch Gold drin. Da ist auch kein Gold drin. Was sieht's denn da unten aus? Da ist noch kein Gold drin. Aber das kommt jetzt gerade mal an. Irgendwie an. Soll da nicht noch ein Goldband sein? Hallo? Äh, hallo? Hallo? Muss da nicht noch einer sein? Na klar. Da, der kriegt immer noch zu fressen. Warum kriegt der was zu fressen? Der soll verhungern, der Arsch. Ich kann ihn nicht ausstehen. Lass den sterben, verdammt. Wenn wir den Baumstoff da einfach noch rein treiben. Dann... Ich mal da noch den Holzfäller hinpflanzen. Nee, wohl. Besser hier. So, und dann pflanzen wir einfach mal hier einen Weg. Oder... Hm... Nee, ich nehm den Weg hier, glaube ich. Dann kann ich hier nochmal so richtig schön pflanzen. Und dann passt das. Ich bin voller Pflanzerchef, ey. So, der Lillaner ist de facto aus dem Spiel, kannst du sagen. Und der Rude ist gefährlich. Wobei ich ihm landmäßig schon eingeholt habe. Militärmäßig hat er ja ordentlich zugelegt. Er ist auch unter 20% gefallen. Langsam wird es wieder auch ein interessantes Schloss mal anzugreifen. Wenn ich richtige Soldaten hätte natürlich. Apropos richtige Soldaten. Ich muss dem da mal sofort wieder die Eisen zu kurz sperren. Das baut er mir noch wunderweise was. Soll ich, dass ich alles nicht brauchen kann. Aber schon kann ich meine zweite Farm errichten. Sehr gut. Äh, meine zweite, ja. Ist eigentlich so, als hätte ich mich schon vier. Das sind ja auch schon Bäume. Äh, ist trotzdem trotzdem so. Ich muss jetzt leider verschwinden. Die haben mein Haus angezündet, die Schweine. Meine Familie getötet. Ja, dann gehe ich halt jetzt zum Schloss. Und laufe Amok mit meiner Axt. Wieso ist da ein Gefei da drin? Warum bleibt die Framerate nicht einfach stabil? Zwei Unteroffiziere. 130%. Äh. Schon übel, was die gerade so anbauen. Was ist denn der Barren schon drin? In mir drin. Habe ich an Barren Gold gesteckt. Zwei, zwei, drei. Null, null. Null, null, null. Müsst du ja nicht auch irgendwann mal Verstärkung ankommen. Was ist denn hier los? Achso, das ist, achso. Schon gesehen, natürlich. Habe ich gleich gesehen. Der hat den, achso, der hat kein Gold. Richtig, er hatte kein Gold mehr. Ich kann ja da mal reinklopfen. Aber das wird auch nichts viel bringen. Scheiße, ein Dreck. Schon wieder rot hier. Ähm. Die laufen so verdächtig in meine Richtung. Das ist mir jetzt ja gar nicht gefallen. Äh, das wäre mir gar nicht gefallen, wenn mir das... Deswegen ist da auch nur einer drin. Fickt euch. Geht hier unten auch einer raus? Nein. Ähm. Ich greife mir zwei das hier an. Also da kommt einmal der Leutnant draußen, einmal der Unteroffizier hier. Naja, kann ich komplizieren mit Unteroffizieren. Wo greifen die Arschgesichter? Och, nö. Du hast no, dass du mich jetzt angreifst. Glaube ich gleich mal zurück. Was? Nein. Das ist ein Unteroffizier. Das sollte man gewinnen, oder? Äh, Unteroffizier. Obergefreiter. Das wäre schwach gewesen, wenn es anders gelaufen wäre. Aber es kommt noch ganz viel mehr. Wieso läuft dann Gefreiter rum? Was soll der Unsinn? Was soll denn der Unsinn? Nein, ich will den nicht. Ach komm. Fick dich, Spiel. Fick was? Nein, ficken. Ich habe auch für dich jetzt Bock. Ja, das ist ein Leutnant. Ja, das ist... Ja, gewinnen wir aber. Ich speichere vielleicht mal zwischen. Genau das passiert, wenn die KI Waffen produziert. Sie greift einen an. Kann man sich irgendwie rausmachen? Das muss ein Bug sein. Dass der Gegner mich angreift, kann nur ein Bug sein. Na komm. Aber gut, dass da ein Leutnant drin ist. So, was ist denn da so drin? Obergefreiter, sehr gut. Und es läuft schon mal sehr gut für mich. Und läuft sehr gut weiterhin. Und... Ah? Jawohl, gewonnen. So, ich sitze da oben aus. Wir scheinen auch weiterhin zu gewinnen. Oh nee, jetzt kommt da noch so ein Leutnant raus. Da stehst du. Aber es ist mir gut an. Geht gut weiter und... Gewonnen. Hey, geil. Und tschüss. Und meins. Das gehört doch mal mir, habe ich glaube ich beschlossen. Oh, da ist Gold drin. Wie geil. Ach, mein, der hat Gold. Scheiße, das ist nicht so geil. Aber jetzt habe ich es. Jetzt bin ich ein Teil davon. Was geht denn da oben jetzt? Alter, was zur Hölle? Hat er mit allem angegriffen einmal, oder was? Jetzt will ich doch verarschen, oder? Mal leck mich. Wie soll ich das abwehren? Ich muss das abwehren. Da steht mein Gold. Da steht alles. Das geht dich. Mal, guckt es euch an. Ist doch noch krank. Ist doch noch krank. Was soll das? Ich will das nicht. Geh weg. Ich habe 138 Prozent übrigens. Und ich bin wunderbar in seinem Land drin. Das fällt mir. Voll der Knick auf einmal drin. Zum Glück sind da auch gefreut und so dabei. Die blockieren die den ganzen Verkehr. Ach, nö. Nö, nö, nö. Was ist denn da so drin? Unteroffiziere. Okay, das ist schon mal. Hier habe 141 Prozent. Und die Verstärkung ist nicht allzu weit weg. Oh, das sieht schon mal schlecht aus. Was habe ich denn so als Verstärkung? Unteroffiziere. Gut. Scheiße. Ich darf dieses Gebäude nicht verlieren. Das geht nicht. Nein. Lass es ab. Töte doch den. Boah. Ich würde dafür schon 20 Leute verlieren. Und der. Boah. Ich boll es dir alle mal um. Töte ihn. Alter. Was ist das? Wie Gold kann der nicht haben? Fick dich. Was soll der Unsinn? Ich muss irgendwie fünf Leute opfern, um einen von denen zu töten, obwohl ich ewig Gold habe. Und er. Boah. Pff. Ich schlack den jetzt mal tot. Pech gehabt. Alle drei. Mit einem. Leck mich. Ja. Mann, 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 Mann. Ich muss kotzen. Kotzen einfach nur. Holst du die alle um? Oh, das sind so viele auch. Was soll der Unsinn so? Wird mal ein Schweine gezüchtet? Gut. Habe ich überhaupt Fleisch gehabt am Anfang? Mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe einen Kopf gehabt oder zwei. Ja, den werde ich jetzt aber hoffentlich töten, sonst drehe ich am Rad. Am Rad der Zeit und drehe die Zeit zurück. Allein, wenn du da jetzt verlierst. Dein Glück. Blockiert übrigens den Weg, wisst ihr das? Oh, dieses Geknackste schon wieder. Nix ist. Ist sicher ein Bessermal. Zwei, vier, sechs, sieben. Ja, das ist doch echt nicht für alle, oder? Sieben Gegner. Sieben. Wenn ich mir sieben Stück angreifen würde, würden die nicht mal ankommen, weil sie so blöd sind. Oh, das töten die schon wieder alle. Ich glaube es einfach nicht. Hallo, das ist nur einer. Töte ihn. Na also. Geht doch. Du sagst, es ist zu schwer, bitteschön. Hör auf. Nein, es ist knacksener. Nervt. Es hört doch nicht auf. Da kommt die Verstärkung. Wie fühlt es den da jetzt? Warte, ich habe 144% übrigens. Ich will doch in der Verteilung irgendeine Rolle. Eine Prinzenrolle. Und tschüss. Boah, Alter. Das ist nicht schön, dass der mich da angreift. Gar nicht schön. Das muss ich mal irgendwie unterbinden. Ganz schnell aber. Indem ich mal die Grenze hier wegschiebe. Sehr weit weg. Nach Afrika. Und die andere Seite zum Nordpol. Ja, ich habe schon den zweiten Weltkrieg auch gewonnen. Da kann ich das tun, ne? Warum sollten wir sonst deutsche Grenzen am Hinterkopf verteidigen? Danke und tschüss. Tschüss. Ihr blockiert hier alle. Siehst du das? Das gefällt mir so gar nicht. Der hat schön viel freie Farmfläche. Aber den Baum da oben auch gleich mitfällt. Das wäre cool. Hier habe ich noch mehr Farmfläche. Das habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, ich gewinne. Hoffe ich zumindest mal. Und tschüss. Da kommt noch einer. Wenn der nicht langsam es reicht macht. Wow. Der macht die Beine auseinander. Das sind die zwei sich wieder boxen hier. Mach ihn plass. Zählt das jetzt als Angriff meinerseits oder als Verteilung? Das würde mich auch mal interessieren. Mich würde das System allgemein mal interessieren. Kann mir irgendwo den Entwickler anschreiben und fragen, was sie sich bei dem System gedacht haben. Wie das funktioniert. Nach welchem logischen Prinzip. So, das ist jetzt der letzte, hoffe ich. Damit soll der es wieder auf... Nein. Nicht verlieren, bitte. Ah, das verlier ich jetzt oder was? Hm, was? Ja, toll. Klar, ich habe 51% plus 21% plus 30% ne? Macht 100% ist klar, ist bekannt. Töte den, bitte. Ich habe genug verloren. Nein, was? Was tut ihr da? Na also, gewinnt. Na also. Ruhe jetzt hier. Gut, der Farmer ist noch nicht da. Nein, ist noch nicht. Ach, da ist schon so von Haus aus Gold drin. Ich greife mal mutig weiter an. Mutig weiter. An, an, an. Da ist auch noch ein Leutnant. Den kann ich auch noch holen. Bei Gelegenheit, dann und wann. Da ist auch schon Gold drin. Ja, sind überall Gold endlich reingepackt bekommen. Ich habe da noch einen. Kommt der jetzt? Nein. Der kommt jetzt. Irgendein anderer. Irgendein anderer? Sollte die noch kommen dann, hä? Hä? Wo kommt der jetzt schon wieder her? Da nicht, da nicht. Wo kommt der her? Ach, da. Da. Habe ich überhaupt noch Unteroffiziere? Ja. Ich habe immer noch Eisen ohne Ende. Ich habe auch nicht aufhören, die zu beliefern, die Kackminen. Auch wenn ich es ausgestellt habe, das scheinen die gar nicht zu interessieren. So. Bin ich schon da? Bin ich überhaupt schon? Hä? Hallo? Sag nicht, der ist schon tot? Was? Nein, hallo. Wo bist du, wo bist du, wo bist du ja, hä? Hallo? Der kann doch jetzt nicht schon tot sein. Erzähl mir das. Wie, was, wo, wer, hä? Wie, was, wo, wer, hä? Ach, fick dich. Mit 100, 48%. Vielleicht geht ja auch was. Ja, Soundknackser gehen immer. Nein. Vielleicht. Wo ist mein Leutnant? Der kann doch nicht schon tot sein. Hallo? Was zur Hölle? Wo ist der wieder gestorben? Fick dich? Er ist schon wahrscheinlich weg. Was zur Hölle? Wann ist der wieder wo gestorben, hä? Fick dich, Spier. Fick dich. Das ist überall schon der 2. Nein, da oben sind wir noch. Da kommt noch schon der 3. rein. Egal, ich hab einfach 1% Kampfkraft. Und jetzt inzwischen schon meine 3. Farm, bald meine 4. Da soll langsam was gehen. So, was dein neues Haus ist, bring ich nachher auch wieder runter. Ein bisschen obdachlos. Greif ich mal den da weiter an. Das Geknackser nacht mich immer noch. Scheinbar ist der jetzt sicher schon tot. Oder er steckt irgendwo zwischen den Feste. Ich sehne gerade nur nicht. Ich könnte mir beides vorstellen. Oder er läuft einfach um die halbe Map oder so. Kann ich mir alles vorstellen. Was ist denn da schönes drin? 149 Cent? Sollte machbar sein, oder? Ich bin skeptisch. Na, es zieht aber. Gut gewonnen. Und tschüss. Voll umgeboxt. Ist da vielleicht Gold drin? Nein. Kein Gold für den Honk. So ein Mist, ein Dummer. Was ist denn da noch so drin? Ich weiß, da ist ein Hauptmann drin. Aber vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht. Möglicherweise. Eventuell komm ich ja trotzdem durch. Und ich hab keine Leih-Unteroffizier-Verstärkung mehr. Die liefern nichts an die Kohleminen, die Spastis. Oh doch, sie haben so langsam angefangen, habe ich das Gefühl. Ist ja alle bei 100% still. Muss ja nichts fördern. Er weckt mich. 151 Prozent. Übrigens, wollte ich mal erwähnt haben. Wir müssen da rein. Komm schon. Hauptmann ist da drin. 152 Prozent. Ich glaube aber trotzdem skeptisch, ob er das schafft. Das fängt auf jeden Fall nochmal gut an. Und dann versaut er das schon. Das wird zum Kotzen. Fick dich. Fick dich einfach noch. Einen Unteroffizier hätte ich noch. Was ist da denn überhaupt drin? Ja. Da ist ja auch noch eins. Wo kommt denn das her? Dann weiß ich davon nichts. Soll der Unsinn. Habe ich noch einen? Nein. Ich bin zumindest unter...